Hi Leute, was geht ab? Ich bin SirBlackFileDietziger und heute ist es mein erstes geschnittene Video und ich hoffe es wird euch gefallen. Ich werde euch so Musik anblenden und wir sehen uns dann in der ersten Runde. So Leute, wir sind jetzt in der ersten Runde. Ich blende halt doch keine Musik ein, habe ich mir gedacht, weil dann hörte meine Stimme nicht wirklich. Und ja, genießt es einfach und ja, viel Spaß. Heute ist es meine erste Runde, gerade. Also kein Wunder, dass es schlecht ist. Ja. Oh, und wir sehen uns gleich dann in der nächsten Runde. So und da sind wir jetzt in der nächsten Runde. Ähm, ich hoffe es wird jetzt. Wovon ist es eine lange, längere Runde. Und wenn dann nicht, dann nicht, dann nicht. Ja. Aber vielleicht haben wir die erste Easy bestanden. Jetzt kommt die zweite. Okay, rüberhung. das ist vielleicht ein besseres Spiel. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt eine langere Runde haben, wird das auch das letzte Game sein. Weil ich kann jetzt nicht so lange aufnehmen, weil ich dann gleich schlafen gehen muss. Weil, okay Leute, ich sag's euch, ich nehm fast um 22 Uhr auf und das ist schon 300 und ich kann halt nicht so spät, halt in dieser Uhrzeit sehr gut spielen. Deswegen würde ich einfach mal ein geschnittenes Video machen und ja, ich hoffe einfach, dass ich's hinbekomme, wenn nicht. Also scheiße, alle Fächer verkack ich grad wirklich. Ja, schon krass, wie der mich grad... weg... ...trünn hat... grad... vorbei. Also, der macht mich schon... ...fertig, glaube ich. Ich schaff ihn ja nicht mal mit dem Mast hier raus. Müsste ich ja nicht mit dem Mast hier raus. Ich hab ihn auch wieder mit dem Mast hier raus gesehen, also... Leute, ich bin sehr schlecht grad. Das sieht man, glaube ich. Aber... Ich hoffe, das macht nichts aus. Ich止 mich unfassbar. Ich clamp mich etwas tief ins. Ja genau, ich bin nur geschehen. Sag ich mich einfach nichtsλέken. Quin? Was überhaupt das voitures không? Ich kann ja gerade nicht mal wirklich den Speedflip. Also diese Runde wird mal nichts. Komplette Niederlage. Ich bin einfach so schlecht, warum mache ich das überhaupt, ich hätte ein Easy drin. Ja komm, bocht mich noch. Leute, ich bin gerade echt schlecht. Sorry, aber das ist gerade peinlich. Ich kann das nicht mehr angucken, wie ich schlecht ich bin. Ich kann das nicht mehr angucken. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich schaff ja nicht mal einen Tor bei diesen Typen, weil ich einfach am Abend so schlecht bin. Leute, ich lade das zu hoch, aber bitte, ihr könnt mir schon da das lassen, weil ich jetzt echt... bin ich einfach gerade mit behindert. Bruder, was ist mit mir los? Nee, wir sehen uns in der nächsten Runde. Dann bis zur nächsten Runde. So Leute, das sind wir wieder. Meine Aufnahme ist voll abgebrochen. Wir spielen jetzt noch ein bisschen Training. Und ja, weil ich hab eigentlich jetzt schon zwei Monate später, aber natürlich musste ich auch genug sein. Aber vielleicht ist wirklich mein erstes geschnitte Video. Ich hoffe, es gefällt euch überhaupt. Und ja, ein paar Training Clips und viel Spaß. Ich esse jetzt schon mal. Ich schaffe mich. Ich kann mich jetzt mal. Ich kann mich nicht mehr so vorstellen. Ich kann mich nicht mehr so vorstellen. Ich kann mich nicht mehr so vorstellen. Oh my god. 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 Oh my god.